Hallihallo ihr Lieben! Und eine kleine Überraschung direkt zu Anfang. Ich trage dieses T-Shirt nämlich nicht umsonst heute. Da drüben geht's zum Camino de Santiago, aber was noch viel wichtiger ist, da drüben ist es ganz schön leer und deshalb wünsche ich mir jetzt die Anni Hair. Das ist die liebe Anni von der wunderbaren Band Krähenzeit. Hallo Anni. Und wir sitzen nicht im selben Zimmer zusammen und nicht mal zur selben Zeit, aber wir machen jetzt trotzdem zusammen für euch Musik. Dat du mein Leifste bist. Dat du mein Leifste bist. Dat du wohl willst. Komm wie ne Nacht, komm wie ne Nacht, sech wo du hehst. Komm wie ne Nacht, komm wie ne Nacht, sech wo du hehst. Komm wie ne Nacht, komm wie ne Nacht, komm wie ne Nacht, disciplined. � Oder mein Gott, Dei, Dei, Dei. Musik Kommt Ende morgens, du kräht der Allaan Lebst du mein, lebst du mein, dann musst du gern Lebst du mein, lebst du mein, dann musst du gern Musik Sachen begangen, leis mit der Kling Fahr da mein, oder mein, da trete wir Fahr da mein, oder mein, da trete wir Wunderschön! Vielen Dank, meine liebe Anni! Ich zaubere sie jetzt mal schnell wieder weg Und klickt auf jeden Fall mal auf die Webseite von Kränzeit und auf Annis Profil, Instagram, was auch immer Was da gerade eingeblendet wird, geht da mal drauf Das freut die Anni ganz sicher Vielen, vielen Dank, dass sie da war Ich hab mich riesig gefreut Ein wunderschönes Stück Tradition, ein wunderschönes Plattdütsches Volkslied Ihr Lieben Ähm Ihr wisst, vielleicht Jede Woche bis zum Jahresende Kommt hier auf dem Kanal Ein neues Musikvideo Und das dank euch Dank meinen unglaublichen Unterstützern Auf Patreon Wenn ihr Patreon immer noch nicht gesehen habt Wenn ihr nicht wisst, was das ist Dann klickt da drüben mal auf das P Das würde mich sehr freuen Ansonsten hoffe ich, dass wir uns auf der Tour sehen mögen Guckt mal auf meiner Homepage Da findet ihr alle Termine und natürlich die Tickets Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz recht herzlich bei der lieben Anni Schön, dass du da warst Grüße gehen raus Und wir sehen uns ganz bald wieder Euer Sören Tschüssi 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 Tschüssi